Ich mag Webcam auch nicht für dir zusehen. Beim Essen. Du willst mir nicht zusehen, glaub. Nein, das willst du nicht. Ich hab's schon live gesehen. Ich hab dich auch schon live gesehen, wahr? Um dich zu sehen, braucht man zwei Webcams. Gelinga. Ja, 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 ja. Das wird dann bald. Oh, du spielst die hässliche Ratte auf dem Robot. Da willst du mich verarschen. Ja, das ist ein Hamster. Das macht mich so aggressiv, wenn ich das... Oh, ich weiß nicht. Die Stimme von dem. Oh, ich weiß nicht. Das ist so furchtbar. Wie der Wecki wegen der Lache. Hab's dann die Frauen auch gemacht. Leute, die haben Nase gelitten. Vor allem hat er nur einen Mäki-Anhänger. Moment mal, Mäki-Anhänger. Nachsoc, will er mich verarschen. Das ist nur so ganz, ganz so zählisch. Moment mal, Mäki-Anhänger. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Ich habe einen Mala-Trank gekauft. Du bist groß. Ich nenne es wahres Talek. Ich nenne es lau. Ich bin einfach da, du bist ja auf Trottel-Lotto gekommen. Ist ein Begriff aus W.O.W. Da heißt der dann eben schon entweder Deppenfinder oder Trottel-Lotto. Wieso? Oh nein. Wer hat den denn eingeladen? Also, aber jetzt mal wirklich eine erste Frage gehabt. Richtig, lange dran. Wo auch hast du was meine Ulti rausgekickt? Warum hast die Ulti da wieder? Ihr seid beide scheiße. Der eine holst den Ulti der Kinn und der andere Kinn der aus meiner Ulti raus. Du bist so idiot, Taku. Lass mich mal den Blue, bitte. Ich bin so ein elender Nappen, ne? Ich bin ja Chang'ler. Ich brauche den. Ich habe die Ulti draufgehabt, der Arsch. Wie geil war bitte dieser Stunt. Oh, das ist doch geistert hier mit Nura. Was für ein Film läuft denn gerade bitte? Der leckt mich am Arsch, Film 20. Der ist gut. Ja, der muss gut sein. Mit 21 Teil davon gibt es. Ich gehe mit 107 live, fahreben auf Borbeck und... Ey, ich habe 400. Zusammen haben wir 500. Das ist auch 30. Yo, das ist bestimmt passt bei einem halber Champ. Ich digitiere gleich, Alter, zu. Zu was? Lord Alistair. Zu Riesenversorger. Von Versorger zu. Dann kriege ich noch so ein drittes Zorn. Oh mein Gott. Was war das? Ein Tod. Ach so, by the way. Letzte mal irgendwer. Letzte. Und tönen die Typen da. Daniel und Lefkirch. Verrisch, der Tod. Kramon. Wer zum Teufel ist das? Ich bin der Geist der Vergangenen im Weihnachten. Nein, du bist der rote König. Und ich bin der Lord. Was willst du jetzt mal? Hm, wir verbinden uns und regieren die Welt. Kramon ist unser Geist der König über die Hauze. Wo ist Kim? Bist du wieder am Essen oder was? Ein Lüben-Tocken-Unut. Halt die Fresse. Nein, ich hab etwa vom Tocken gestartet. Du bist voll üblich. Am besten spielst du Solo-Bass. Du kannst die Ausrüstung tragen. Spiel Volibear, der ist wenigstens da. Ich hab bei dir das auch da, aber er ist überall. Du bist also überall ins Schluss. Hurraker kommt mit Hardlife auf die Lane. Das finde ich voll nett von dir. Warum bist du denn da reingegangen? Ich weiß nicht. Ich soll so einen Scheiß rauschen, egal wer jetzt ist. Mach's raus. Ja, ich bin von der Daniel. Daniel. Was raus schon entspannt rollt. Scheiß auf Daniel, schmeiß den raus. Ja, Daniel. Das ist Render-Tocker. Dankeschön, danke. Ja! SS-Oraker, ne? Oh mein Gott, SS-Oraker, ich bin so froh. Mach das kleine Hamster nicht so viel weg. Das regt mich so auf. Oh, Geh, die Gart. Einfach mal im Hamster. Hau einfach Level 1. Chris, das war ein Wim. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, ab du blöder Schlammel. Oh mein Gott. Alter, was war ich denn? Oh mein Gott. So stark hab ich das. Ja, ich hab dir getroffen. Bild. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Raman, du bist so imba. Anton ist Level 8. Ich bin Level 3, Jumann. Der Gehlein ist Level 3. Geh doch nur auf deine Lane, die Länge am Lauf. Komm schon wieder, dann bin ich auf einer Lane. Bist du behindert? Nein. Wie doch, du Mitte. Du hast doch gesagt, du willst sauschen. Ja, will ich auch. Ja, warum dann nicht? Du, ich zieh ihn. Oh mein Gott. Der Heugelinger, was tust du? Was tust du? Der hier steht. Ha. Manche Leute haben eine Reaktiongeschwindigkeit von dem toten Backstein. Warum ist Korki noch nicht mehr defeated? Das müssen wir unbedingt ändern. Alter, wer hat Korki 8 Krills gegeben? Hier sind überall Pilze. Guck, der ist überall. Der Typ, der ist überall. Boah, es macht mich so aggressiv, dass du dich die ganze Zeit rumquartest. Raman, ich weiß auch nicht. Ich hab mich gerade voll erschrocken. Du auch, du Scheiße. Ah, Mann, willst du eigentlich, dass ich dich töte? Siehst du, du kriegst einfach mit deiner Bombe nicht. Ich bin einmal an Korki verreckt, dann bin ich einmal am Tower verreckt. Und ich bin einmal an Timo verreckt. Und nochmal an Timo. Wegen Pilz. Ey, das war hart. Ich hab dich beglaufen. Pilz, Pilz. Ich port nicht Pilz. Ich flash Pilz. Oh mein Gott. Ja, er hat sich einen Gewunsch. Du hast die Gegner gefunden. Du kannst einfach nicht. Alter, wird der Kör mich verarschen. Immer wenn ich da weggekommen, der Trümmel. Ich bleib jetzt auf der Top-Lane. Ich warte nur, bis der Trümmel merkt, dass ich den gar nicht besiegen kann und mich dann wirklich angreift. Er hat's herausgefunden. Nein, 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 nein. Komm, ich karte. Nein, KS, Bitch. Du machst null Damage. Kannst gar nicht. Komm, du machst ein Hit. Wie einfach jeder versucht zu KS. Ich sehe immer nur, sobald die Gegner lowlife haben, kommen die Fähigkeiten im Schlogen. Top-Lane, Top-Lane. Der macht mich schon wieder da. Weißt du, dass er nicht platt macht, wenn er sich umdreht? Oh mein Gott. Du Piss, Trottel. Er hat ja genau gefunden, dass er Schaden macht. Ey, ich kenn dir den hier, das ist eh der Geilste. Oh mein Gott. Alter, Max, das war die geilste Action ever, kennt ihr den hier, stellt sich vor, Barrel setzt sich in den Schütz, läuft weg und lässt sich weit krepieren. Aber weißt du, was das Geile daran ist? Ich krieg den Schaden, als meinen Schaden drauf. Hä, wenn du Zaubervampir hast, heilst du dich permanent. Ja, läuft das gleich raus. Alter, Alter, läuft, Alter, läuft. Ja, da stehe ich gerade. Du bist tot, Gehlinger, wusstest du das schon? Er war fast bound. Ja, weißt du, jetzt kommt wieder Ramon an. Ja! Lebe, nein, er hat mich ignited. Oh mein Gott, lauf, Chris, lauf. Warum fang ich an dir zu helfen? Warum fang ich an dir zu helfen? What the hell, was macht er für einen Schaden? What the fuck, leck mich am Arsch. Gehlinger, geile Aktion. Ja, was soll ich denn zu helfen? Kim, du greifst ja gar nicht mehr mit an. Hans Kim, tanze um dein Leben.